Hi Leute, hier ein kurzes Infovideo. Ich habe in der letzten Folge von Desolate erwähnt, dass ich ein Spiel aufnehmen wollte, was sich einfach nicht aufnehmen lässt. Und zwar Akte X aus dem Jahr 98, wenn ich mich nicht irre, hat mich tierisch drauf gefreut. Ich habe das Spiel damals auf der Playstation gespielt, auf der Playstation 1 noch und das war echt gut. Jetzt wollte ich es halt für PC spielen. Es hat sich installieren lassen, es läuft auch wunderbar, aber ich kann es nicht aufnehmen. Mit verschiedenen Programmen habe ich es versucht und ich habe einfach nur ein schwarzes Bild. Oder wenn ich dann mal ein Bild habe, dann ist es katastrophal, das kann man nicht hochladen. Deswegen bin ich momentan auch am gucken, was ich so aufnehme und damit ich auch jeden Tag eine Folge bringen kann. Deswegen muss ich hier ein bisschen improvisieren, damit auch was kommt. Bis ich was gefunden habe, was ein bisschen länger geht als nur 1, 2, 3, 4 Folgen. Ja. Falls dann tatsächlich mal an eigenem Tag keine Folge kommen sollte, tut es mir wirklich leid. Irgendwie momentan gibt es zurzeit echt nichts Gutes. Außer Deadstep. Das ist ja ganz okay, aber das dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Aber ich habe noch alte Folgen Folgen von Soma vom letzten Jahr. Das habe ich ja nie beendet. Da könnte ich mal weitermachen noch. Und auch weiter aufnehmen dann. Den Spielstand müsste ich ja theoretisch noch haben. Ja, dann geht es dann entweder mit Soma weiter oder ich hoffe, dass bald mal was kommt, was sich lohnt zum Aufnehmen. Okay. Bis dahin bedanke ich mich für alle meine Zuschauer. Und falls ihr noch irgendeine Idee habt, wie ich Akte X dazu bringe, aufgenommen zu werden, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Ich habe wirklich alles versucht. Es ist frustrierend. Ich wollte es unbedingt aufnehmen, weil es... Naja. Habe mich echt drauf gefreut auf das Spiel. Okay. Dann vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.